Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zu diesem ganz schönen, spontanen Infovideo zum Monatsbeginn. Gut, es gibt nicht so sonderlich viele Themen zu besprechen, außerdem möchte ich mich entschuldigen, dass dieses Infovideo von mir kaum angekündigt worden ist, wenn sogar gar nicht. Ich hab's nur ein bisschen erwähnt aufgrund eines Themas. Und ich würde mal sagen, fangen wir mit dem ersten Thema an, beziehungsweise mit der ersten erfreulichen Nachricht. Und zwar, ich habe es geschafft. Ich habe die 50 Abonnenten erreicht. Ich hab mich auch schon der neuesten Minecraft Funnel Show deutlich bedankt. Ich möchte mich allerdings nochmal bedanken, dass ich es jetzt endlich geschafft habe, weil es sah ja eine Zeit über nicht so sonderlich schön aus mit den Abonnenten. Da ist das immer eingefroren bei 42 oder 44 oder 46 Abonnenten. Doch jetzt habe ich es endlich über die Grenze hinaus geschafft und habe 50 Abonnenten erreicht. Vielen Dank dafür. Dann, und das wird wahrscheinlich die größte Ankündigung sein und ihr werdet es auch jetzt bemerken und im Bild sehen, ich habe ein neues Headset. Und zwar ist es nämlich so, wie ich bereits schon im letzten Infovideo angekündigt habe, dass mein altes Headset langsam den Geist aufgibt, was die Aufmachung des Headsets angeht, dass einfach aufgrund der Tatsache, dass die Kabel durch Stoff geschützt werden, leicht kaputt gehen. Und dieses Mal hat es allerdings nicht das Mikrofon erwischt wie bei meinem uralten Headset von Logitech, sondern tatsächlich die Kopfhörer. Und ich benutze mein Headset eigentlich immer als multifunktionales Mittel, also ich höre damit auch immer wieder Musik oder schaue mir Let's Play Parts an, wozu ich den Sound gerne wiedergeben möchte, ohne dass sich irgendjemand gestört fühlt. Und da habe ich mal in mein Erspartes reingeguckt und habe herausgefunden, dass ich genug Geld habe, mir ein richtig gutes Headset zu kaufen. Ich würde es euch auch empfehlen, weil mit dem Billigschrott kann man wirklich gerade mal 6 Monate überleben. Ihr seht es ja am besten bei meinen Headsets, die jeweils 7 oder 10 Euro gekostet haben. Das hier hat schon über 20 Euro gekostet und ich hoffe, dafür hat es auch einen guten Klang, auch wenn es ein reines Gamer-Headset ist von Linecast. So, dann zur nächsten erfreulichen Nachricht und zu einer Ankündigung, wenn ihr das denn wollt. Ich habe es geschafft, Pokémon Online wieder zum Laufen zu bringen. Und zwar ist es tatsächlich so, man braucht für Pokémon Online, wenn man es weiterspielen möchte, ein Update, beziehungsweise die neuen Spieler bekommen das sowieso hinterhergeschmissen. Ich muss es erst installieren. Ich habe nicht gewusst, dass es ein Update für das Spiel gibt, dass man das aktualisieren muss. Aber das erklärt unter anderem die vollkommen leeren Server von Pokémon Online 1.0. Ich habe die Playlist auch auf Pokémon Online 1.0 umbenannt. Und deswegen möchte ich jetzt gerne ankündigen, aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt wieder die volle Serverauswahl habe. Und ich muss auch wirklich sagen, als ich die Serverauswahl gesehen habe, da hätte ich eigentlich beinahe einen freudigen Sprung in die Luft gemacht. Denn es war nämlich so der alte Server von Pokémon Online, bei dem ich, also mit der deutschen Community, bei der ich immer wieder war und mit denen halt gechattet habe und gekämpft habe. Den gibt es auch wieder und da haben mich einige Leute wiedererkannt oder mindestens einer hat mich wiedererkannt und dem habe ich auch damals von meinen Let's Play Ideen erzählt. Und dann hat er mich gefragt, ja wie läuft es mit deinen Let's Plays? Also wirklich schön, dass er sich an mich erinnert hat. Aber nun zurück zur Ankündigung und zwar kündige ich an, Pokémon Online wieder zu starten und zwar die 2.0 Version. Und da kündige ich auch wieder an, wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, schreibt es auch in die Kommentare. Ich werde dann mit euch einen Termin vereinbaren und werde dann das auch aufnehmen. Und weil ihr dann auch YouTuber seid, werde ich euch dann jeweils pushen, beziehungsweise wenn ihr nicht gepusht werden wollt, beziehungsweise oder wenn ihr nicht gegen mich kämpfen wollt, dann mache ich das auch nicht. Auf jeden Fall werde ich mir dann immer wieder im englischen Server einen aussuchen, gegen den ich kämpfe, beziehungsweise ich werde da in den Servern mal herumfragen, in den deutschen, ob ich jemanden zum Let's Play Kampf einladen möchte. Denn es wird pro Part sowieso nur einen Kampf geben. Und jetzt kann ich euch mal sagen, in welchen Server ich mich rumtreibe. Ich treibe mich rum unter dem Namen SeelpilugiaXD. Und zwar eigentlich relativ einfach auf drei Servern, entweder auf Shikisport.de, dann PokémonExorzist.de und PokémonExperte. Also das sind die drei Server, auf denen ich rumtreibe. Die habt ihr sicherlich auch. Also das glaube ich zumindest. Und dann sehen wir uns da jeweils. Aber schreibt erstmal in die Kommentare, ob ihr wieder ein Pokémon on a Let's Play sehen wollt oder ob euch das Let's Play schon damals nicht gefallen hat für die 1.0 Version. Außerdem die neuen Pokémon von X und Y oder von der sechsten Generation sind da auch verfügbar. Also nicht wundern, falls in der 1.0 Version die nicht verfügbar sind. So, dann kommen wir nur zu den letzten Ankündigungen. Und zwar habt ihr es vielleicht schon bemerkt, dass mein Gameplay zu Pokémon X nicht kam. Dafür gibt es allerdings sehr viele interessante Videos zu Pokémon X und Y. Nicht nur irgendwelche Facts, wie zum Beispiel zu diesem Geistermädchen in Illumina City oder zu Bug in Illumina City, für den es ja schon längst eine Lösung gibt oder einen Patch. Sondern auch gleichzeitig Gameplay-Videos. Ich bin heute nämlich komplett fertig mit den Gameplay-Videos geworden. Beziehungsweise eins muss ich noch aufnehmen. Aber, ja. Also die werde ich dann jedenfalls hochladen. Es sind Videos ohne Commentary. Und es sind halt nur zu den wichtigen Kämpfen. Oder zu den meisten wichtigen Kämpfen. Was ich außerdem noch empfehlen kann, ist es zwar kein vollwertiges Let's Play, aber es gibt von Lukas Seite auf seinem Zweitkanal, wo auch The Lost Devils lief, ein Let's Catch Legendaries zu Pokémon X. Da können sich ja mal die Legi Hunters, die noch nicht wissen, wie man das jeweilige Legi fängt, die können da mal vorbeischauen. Es kommt da jeden Sonntagabend eine Folge. Ganz cool finde ich das eigentlich. Und schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr den neuen Headset-Sound. Findet ihr, er klingt etwas ungewöhnlich? Findet ihr die alten Headset-Sounds besser? Oder findet ihr das einfach genau richtig? Schreibt es einfach in die Kommentare. So, das war jetzt ein kürzeres Infovideo, aber es gab nicht so viele Themen zu besprechen. Es muss auch mal ein kurzes Infovideo sein. Und ich würde mal sagen, das nächste große Infovideo wird wahrscheinlich dann im Dezember kommen. Je nachdem. Also Leute, tschüssi!